Ja Leute, wir sind hier, wir müssen diese Funklager hier suchen gehen und das Gute ist, das heisst, wir sollen möglichst unbemerkt vorgehen und das heisst bei Darkest of Days natürlich, wir sollten da auch laut rumknallen und jenen Kildern, die uns im Weg stehen. Es ist auch übelst schwer, nicht gesehen zu werden hier, weil das nämlich gar nicht geht. Die sehen dich nämlich schon. Das Problem ist, sobald ich nur ein dieser Hübel hier passieren will, sieht mich entweder die Artillerie, der macht das oder die MG sehe nicht. Deswegen, ich versuche mal ringsherum zu laufen und von hinten den in den Rücken zu ballen und dann möglichst schnell ein paar kaputt zu machen. Natürlich habe ich dann das ganze Lager an der Backe. Die schießen da auf mich. Ist das die MG? Ja, das ist die MG-Stellung hier oben. Der hat mich natürlich schon gesehen. Drei, zwei. Wir kennen die Schmesschen, die alle machen hier. Den markieren wir noch schnell. Dann kommen sie nämlich alle schon, angerannt. Mögen mich alle. Das ist ein Zielpunkt. Die Schmesschen halten. Kicken. Der hat mich nicht gesehen. Weiß der Teufel, wieso. Der ist dort. Dann müssen wir die Panzer hier unten markieren. Den Hammer. Den Hammer. Den darf ich nicht kennen. Solange die mich nicht sehen wollen. Nein. Die markieren. Die sehen mich nicht. Weiß wer, wieso. Autsch. Wer schießt auf mich? Geh mal zurück. Ist nur noch das da hinten. So viele haben mich jetzt nicht gesehen. Besser halten. Das haben mich jetzt beim letzten Mal schon mehr gesehen. Als jetzt hier. Das da hier ist immer eine heikle Stelle. Autsch. Sie haben mich trotzdem schon alle entdeckt. Das da ist immerhin das Zelt. Ein Blick verschaffen. Immerhin am Haus durch. Zu schauen, wer hier alles schon auf mich wartet. Okay, der. Da ist noch einer. Vorne. Wo? Hier. Hier. Gut. Der noch. Da war noch eine... Nein, einer mit der da. Wer? Okay. Okay, da kommen noch mehr. Die sterben. Die sterben. Die sehen noch. Da sind wir noch mal. Ja, ich glaube ich doch mal. Okay. weil ich darf sie nicht killen denn das problem ist wenn ich sie kille dann gehen sie alle schrott und ich habe wir müssen fliegen ficken wenn wir nicht abhauen gehen wir auch mit 10 sekunden bis zur detonation wir schauen mal zu beim feuerwerk einsam ausgeschaltet das problem ist hier ist dieses offenes feld ich gehe mal wieder zurück in der alle kaputt dort hier können wir uns ziemlich frei bewegen wer von wo wo alleine herausforderung also müssen wir wieder zurück ich will durch den wald durch ich will nicht auf das offene feld auf die dorthin laufen denn die haben artillerie und sobald die unser spät hammer den salat hoch und ich wollte ja nicht gehen ich komme nicht durch nicht ist nämlich in einem artillerie ist das gardition und das ist das artillerie camp nicht nein nein ich muss glaube es über die brücke jopp Das sind hier noch einfache solche Sachen sein, die bekommst du vergessen, und einer, okay die sind down, Hammer, das sind so Vorposten, und wer macht die ausgeschaltet? Sollten wir hier durch die Bäume ficken? Schissene Scheiße, ich sehe auch nicht so. Dann sind wir eigentlich ziemlich gut im Moment, im Fahren, wir fangen nämlich schon bald zu dem Scheiß-Camp, das ist auf dem Google, ich glaube, deswegen ist hier auch alles gesichert. Okay, ich muss einen kleinen Schnitt machen Leute, und wir sehen uns im nächsten Part. Und wir sehen uns im nächsten Mal.